Hallo zusammen zur folgenden Aufgabe. Dreieck geteilt durch Kreis ergibt 4,8. Dreieck mal Kreis ergibt 120. Was ergibt Dreieck minus Kreis? Wenn du es alleine probierst, dann klicke kurz auf Pause. Ich löse in 3, 2, 1 und los geht's. Vergiss nicht dein Abo dazulassen und jetzt gibt es die Auflösung. Wahrscheinlich hast du als Ergebnis hier 19 raus. Allerdings, das ist falsch. Schauen wir uns das Ganze nochmal genauer an. Damit es übersichtlicher ist, nenne ich das hier A und das hier B. Beginne ich mit der ersten Zeile. Wir möchten A auflösen, B soll auf die rechte Seite. Hier steht geteilt, ich rechne also das Gegenteil auf beiden Seiten mal B. 4,8 mal B ergibt 4,8 B für A. Diesen Wert setze ich jetzt hier für A ein. Das heißt, ich habe 4,8 B mal B muss 120 ergeben. B mal B ergibt B Quadrat. Das kann ich nach B auflösen. Die 4,8 müssen auf die rechte Seite. Inzwischen ist eigentlich ein Malpunkt. Ich rechne das Gegenteil auf beiden Seiten geteilt durch 4,8. 120 geteilt durch 4,8 ergibt 25 für B Quadrat. Jetzt soll das hoch 2 verschwinden. Ich rechne das Gegenteil auf beiden Seiten die Wurzel ziehen. Und jetzt Achtung, die positive und die negative Wurzel. Die Wurzel aus 25 ist 5. Ich habe also einmal plus 5 und einmal minus 5 für B. Jetzt kann ich hier überall für B plus minus 5 einsetzen. Und jetzt löse ich hier nach A auf. Hier steht mal. Ich rechne also das Gegenteil auf beiden Seiten geteilt durch plus 5 und geteilt durch minus 5. 120 geteilt durch plus 5 ergibt plus 24. 120 geteilt durch minus 5 ergibt minus 24. Das heißt, mein A ist plus minus 24. Und jetzt muss ich bei der Division und Multiplikation aufpassen. Damit mein Ergebnis positiv ist, müssen entweder beide Zahlen positiv sein. Das heißt, ich habe plus 24 und plus 5. Dann habe ich hier 24 minus 5 ist 19 als Ergebnis. Oder beide Zahlen müssen negativ sein. Also minus 24 und minus 5. Dann habe ich hier minus 24 minus minus 5 ergibt minus 19. Das heißt, das richtige Ergebnis ist plus 19 und minus 19 und nicht nur die 19. Hör mal in die Kommentare, was ihr rausbekommen habt. Bis zum nächsten Video. Ich teile niemals durch 0, aber teile dieses Video, wenn es dir gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.